Um Unternehmer, Selbstständige und Freiberufler in der Corona-Krise zu unterstützen, vergibt die KfW Kredite im Rahmen eines Sonderprogramms. Aber wie kommt man als Betroffener jetzt eigentlich an diese Leistung? Dafür gelten unter anderem die folgenden Kriterien. Erstens müssen Sie nachweisen können, dass Sie mehr als drei Jahre am Markt sind und zwei Jahresabschlüsse in der Tasche haben. Wenn Sie noch nicht so lange am Markt sind, kommt eher ein ERP-Gründerkredit Startgeld in Frage. Außerdem müssen Sie nachweisen können, dass Sie vor Corona noch keine finanziellen Schwierigkeiten hatten. Wenn Sie einen Antrag stellen möchten, wenden Sie sich an Ihre Hausbank. Jedes Institut ist dazu verpflichtet, jeden Antrag sehr genau zu prüfen. Anschließend wird dieser dann gegebenenfalls an die KfW weitergeleitet.